Kooperative Zusammenarbeit immer besser, genau so wie beim Buch, gell? Ja, das war ein tolles Teamwork mit unserem Buch. Fellas und Freunde, meine Damen und Herren, nach 11 Jahren in diesem Hobby für mich, und nach 7 Jahren Training, 7 Jahren YouTube, es ist endlich hier. 5 Jahre? Ja, 5 Jahre, zumindest. Das ist mein Busch-Buddy, das sind gute Freunde. Wir haben die erste Buch. Hier ist es. People oft gesagt, ich will write a book, write a book, und ich habe ein Buch geschrieben. 160 Sides Word. Mein Deutsch ist als gut als mein Englisch. Man kann sich vorstellen, wie hart das war. Und ein Freund von mir senden dieses Buch zu einem Publisher, und er wollte sofort einen Buschgraf-Buddyen machen. glücklich. Ich habe angefangen, zu schreiben, und glücklich, ich habe ein paar Hilfe. Wir sind 8 oder mit mir 9 Autors von diesem Buch. Waldhandwerk ist ein Term, das ich mitgebracht habe. Und es gab kein Waldhandwerk in Deutschland. Es ist die direkte Translation von Buschgraf oder Woodcraft, man könnte sagen. Es war von meinem YouTube-Channel, Internet-Site und so weiter. Ja, und jetzt, viele Leute benutzen, thank you Waldhandwerk als Term für Buschgraf in Deutschland. So, das ist Buschgraf, der Buch von Waldhandwerk. Von Waldhandwerk. Aber von der Waldhandwerk. Es ist einfach so großartig. Es ist eine Community-Gruppe für uns, Buschgraf, und es ist so cool, zu schreiben mit allen unseren Freunden, weil es viel Spaß ist, mit deinen Freunden, und in der Natur zu hören. Und dann, zu hören, in der Buch ist großartig. Ja, ja, ja. Es ist nicht so großartig. 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 Ich hätte das nie gemacht, aus meinen Survival-Noten. Aber es ist ein wirklich gut German Buschgraf-Buch. Vielen Dank. Viele Leute fragen, für eine Englische Translation. Ja. Ask die Beach Verlag. Links unten. Vielleicht machen sie einen. Ich würde gerne in Englisch sehen. Auf Amazon haben wir gute Ratings, gute Votes. Ja. Was auch wichtig für Bücher. Wir haben so viele Details. Und ein Freund von uns aus den USA hat es gesehen, und sie lernt German mehr und mehr. Und sie sagte, sie kennt einige von solchen Büchern, aber nicht so viele Details. Susanne, glaube ich, in der Buch dieses Pointing System. die Stars, 3 Stars, 2 Stars, 1 Stars, nicht so gut für das, aber sehr gut für die anderen. Ja. Wir haben QR Codes. Ist das richtig? QR Codes? QR Codes. Für die Videos. Ja. Für die Details. Ja. 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 Jakos. Ja. Ja. Ja, Ja. Ja. Ja, das ist der Inhaltsverzeichnis. Ein Teil für Diszi proделương, der бесprimale ...equipment, sleeping bags and so on. Er ist ein sehr guter Buschkrafter. Er hat Zeit mit uns hier in Buschkraftheben und so weiter. Ja, er sieht mich, wenn ich ein Winterfast mache. Er ist der Typ, der mich nach Jens zu sehen ist. Okay. Aber Jens... Ja, er hat mich nach dem Treffen gemacht. Ja, er hat mich nach dem Treffen gemacht. Ah, er war das. Er ist ein Freund, Peter Neitz von Survival.de. Er ist toll. Er ist aus dem Tom Brown Jr. Awesome Tracker, Scouter. Er ist aus dieser Linie. Er machte große Survival-Courses in unserer Wilderness-School, Vivalranger. Er machte zwei Chapters mit dem... Englisch? Ja, über Bewusstsein. Es ist all die Scout-Stuff. Ich nehme meine Scout-Courses mit Peter Neitz. Das ist über Tracking und Bewusstsein, und wie man in der Forst movet. Und sie haben sie nicht vier Tage gefunden. Haha! Es war für sieben Tage. Es war für sieben Tage? Ja, sie war für sieben Tage. Ja, sie war für sieben Tage. Ja, sie war für sieben Tage in der Forst und sie war für sieben Tage. Ja, 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 ja. Awesome. Ja, und Tracking, Tiere... Ja, diese Sachen. Dann, unser Freund Detlef von Buschkraft Essentials, der owner von Buschkraft Essentials, writes the safety chapter, Water and Food, writes our friend, and, ja, the best German active survivalist, after Rudiger Nehberg, you can say, Mr. Joe Vogel. Of course. He writes about, ja, this was... Water preparation? Ja. Water preparation. Yep. Um... In a clear survival style. And, what I'm impressed, danke Joe, his... cooking for normal, Joe Vogel is, um, yeah, the survival kitchen, warms and stuff. Oh, this is gourmet. And here, yes, yes. Full gourmet. He writes everything, he could not write in his survival books. Yeah. With the... Dutch oven. Dutch oven, cooking, and... Oh, fish in leaves, and... Panic, and things. Gourmet outdoor cooking. You really get hungry, yeah, reading this chapter. But, all in the outdoors, on the open kitchen fire. Yeah. Ah, nice. Oko, as I said, he made the fire stuff with really clear explanations of types of wood for the bow drill, for the hand drill, uh, flint and steel. So, yeah. Pages on bow drill, not just a paragraph. Pages, so you can learn how to do it properly. Susanne, she is our shelter queen. You know her. She, she sleeps here in the mountains during all season, winter, snow, and so on. He made the shelter, chapter, and the knots. And, really good. The first time, I never told you this. The first time you sent me the pictures, Yeah. And, I was impressed immediately from this, the knot is two stars here, three stars here, and nothing for this. For example, I like this. Yeah, functions of it. Functions, yeah. But, I was not sure if they, if these pictures are, sorry if I said, I was not sure if they are good enough. Mm-hmm. Because, I made knots video, and people said, ah, black knot, and you see nothing, a black cordage, and so. So, I had the problem. But, this is very, very, very good. Thank you. This is awesome, good, knot explanation. I have a knot book at home, where with colorful knots, and with 3D, whatever. Innovations and stuff. Yes. Which looks, important, or better, but it isn't. In no way better, than, than this explanation of knots. And I learned a few new things from my book, sorry, from our book. Nice. It was super. I'm glad. Yeah, people get intimidated about knots, but there is nothing difficult about it really. Yes, yes, yes. Oliver. Oliver made their own knife book, and he writes things about knife, and steel, and sharpening methods, and knife using methods. I was very, very, very impressed. Yeah, me too. Because I'm not bad in carving, and carpenter, and so on. For me, a knife, everything is logic. Mm-hmm. And I would never have written this so detailed, but for someone who is more in the kitchen, or fire, or whatever stuff, he would have missed much in the knife things. And this is really good. Very technical, very good, but easy to read it. He's a man's got a passion, clearly. Yeah, yeah. And he's a reporter by the survival magazine. Yep. He is a journalist for the German survival magazine, which is also very good and popular. Gladly. Meanwhile, so our hobby is still growing also across the pond. And now, the last chapter. Herzlichen Dank, Grazi. Du hast eigentlich deinen ganzen Kurs da einig schrieben. I war so beeindruckt, dass du so viel dafür machst. Sorry. So our friend Grazi, he often is with us here. You have seen him quite some times. 85 Grazi on YouTube. He is our Leatherman. He put in his whole course. You can really make something now with deer skin. Just amazing. People show how to make traps in the wood and tracking and Mr. Bear Grylls kills tons of animals in the videos, but the skin is always for nothing because all these people get rescued after five days. Yeah, exactly. What if it takes a week or two or longer? Or if you just want to stay. Yeah. What Buschkraft is all about. We like... We like to stay in, not just to get out. We like to stay long outdoors and here you see what you can do with all this. It's great. I read the book from Mr. Moskohanski, awesome Buschkraft. My friends read the Canterbury books and I think this book... I can say it because I'm more just the publisher and the name and the concept maker, but for me, and I have written quite some survival books, this is in one line for me with them. Yeah. We're super proud about it. Yeah. I hope you like it. You can. You have written more on it, like me. Oh, by the way, sorry about it being late. That was me. It was, it was, it was me. From the title, I always remember a friend who said in the first, my first years, where I've shown tons of plants, if you ever write a book, call it the taste of nature. And let's see this as a good start and maybe we make chapters out of it, plant, wild edibles, where we can make other parts of it. Yeah. Irgendwann haben wir Buschkraft Enzyklopädie. Yeah, exactly. Exactly. Okay, my friends. That's it. We'll let you know if it would be ever English. Hey, write to them, right? We want to see it in English. Tell them. Write to them. If thousands of people write to them and tell them we want it in English, maybe they'll do it. Anyway. Okay. Thanks, my friends. And you make this possible because I get not tired to tell you this. After my first hundred videos in German, 2010, the English viewers, they knew what I do and not the bad comments I got from people, they had no idea what the fella makes on the river with the tin canons on. So I changed to English and without this I would have long gone from YouTube and so on. Now I'm here. Thanks to you. Thanks to you, my dear Susanne. And then I met the English people. The Ellie from Massachusetts. Susanne English. Yeah. Let's say background. Much, much English. The English got brought to you. Yes, yes. David from Canada and everything here in Bavaria. So, yeah. And I'm a foreigner. Where is this? Ausländer? Foreigner, yeah. I'm a foreigner. I'm Austrian. Austrian. So, I can't talk like I like. Okay, my friends. Goodbye to you all. Many thanks for watching. We'll see you soon in another one. Susanne Williams. Sepp from Waldhandwerk. Goodbye. Goodbye. My daddy empty. A lot of empty. Not taken off. Good. Bye. You're welcome. Good.